Der ICL-Eingriff verläuft eigentlich minimalinvasiv. Selbstverständlich wird diese Operation unter strengen hygienischen oder sterilen Auflagen durchgeführt. Wir machen ein paar kleine Zugänge am Auge. Es wird ein Gel injiziert ins Auge, dann wird schon die ICL-Linse ins Auge reingeschoben und dann die übrig gebliebenen Gele werden abgesaugt. Wie lange dauert die OP? Das hängt nur von den Patienten ab. Es gibt Patienten, wo der Eingriff fünf Minuten dauert und es gibt Patienten, wo dieser Eingriff 15 Minuten dauern kann. Das wird immer aber individuell an den Patienten angepasst. Wir haben keine Eile bei dem Eingriff und wir passen uns immer den aktuellen Gegebenheiten an. Bei dem Eingriff selbst schaut der Patient eigentlich immer in das helle Licht, welches gerade vor dem Auge ist und der Chirurg spricht immer mit Ihnen. Manchmal sagt man Ihnen, schauen Sie ein bisschen nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Durch dieses Gespräch ist der Patient beruhigt und wir erzielen die besten Voraussetzungen, um eine sichere Operation durchzuführen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017